Krass e.V. aus Düsseldorf ist dank moderner Technologie eine dezentrale und schnell wachsende Non-Profit-Organisation, die kulturelle Bildung benachteiligter Kinder und Jugendlicher ermöglicht. Die Projekte, die Krass e.V. zu den Kindern bringt, reichen von Kunstprojekten an Schulen, Flüchtlingseinrichtungen und einer Kinderklinik, über Musik- und Tanztheater bis hin zu Exkursionen und Atelier-Touren. Cloud-Technologien von Microsoft unterstützen fast jeden Schritt der Vereinsarbeit, von der Antragsbearbeitung bis zur Koordination der 200 Ehrenamtler. Sie ermöglichen Ihnen von zu Hause oder von unterwegs auf wichtige Ressourcen Ihrer Organisation zurückzugreifen. Die Gründerin von Krass hat daher nicht einmal ein eigenes Büro, aber sie hat bis zum heutigen Tag weltweit an die 33.000 Kinder bekunstet.